So und das sind wir auch schon wieder mal zurück bei Let's Play GTA San Andreas immer noch in der Vorproduktion wie gesagt ok aber wir müssen erst mal zu dem nach Hause nehmen wir mal die Karre du hörst mich zum Big ich weiß gar nicht mehr wie er heißt ist die Lautstärke so gut glaub ich okay fängt schon mal sehr gut an aber fast oder nicht hier irgendwo war das nicht hier? Ja genau da vorne und zack Oh G-Lock holen wir den mal ab wie kann man eigentlich vorspulen um um m m m m zu beurte Zeit gelobt die Dauwürf auch da haben wir uns bei Klausel da haben die Bescheid der Kassel und erhebte die über Kassel noch hey er steht mit Jack Armin low okay cool als Sieg als Datum sei ach nö die Motorrad bei Nacht auch noch na das wird was Das müssen wir jetzt nicht unbedingt. Oh, chase me, chase me! Aua. Penner. Da vorne ist er. Da ist er rein, da müssen wir hier rein. Uah! Schnell drauf! So geht's aber. Da oben ist er. Nein! Alter, komm, steig auf, Alter! Toll! Ist entkommen. Alter, wieso steigen der nicht einfach? Ah! Verzieht euch! Vielleicht ein bisschen. Wer ist da schon nicht? Aua! Aua! Hallo, wir müssen sowieso weg. Tschüssi. Das Radio hört man ja nicht, ne? Gut, gut. Hier durch. Wow. Ja, ist gut. Komm schon, wir müssen uns aber schaffen. Mit dem Auto wäre es, glaube ich, einfacher. Steigen wir schneller ein, Alter. Z ist es. Ne, Z ist es. Man, this is the spot. I guess we're going to. Man, I don't give a shit. I'm gangsta. Oh, gangsta. Come on, let's leave Loke the deal with Casano. Hey, I stick with Jeff. I mean, Loke. Okay, cool. I see you guys back on set. So. Da hoch, ne? Oh, chase me, chase me! Aua, immer dieses verschissene Auto. Jetzt bin ich ja noch falsch abgewogen. Na super. Da ist er. Los. Verpisst euch. Komm schon. Aua, was war das denn jetzt? Scheiß Fahrradfahrer. Schreibe auf. I like the fast ass, not the slow ass. Da ist er. Alla, wie f***er. Sag mal, wie f***er, f***er. Nicht die. Hey, what you waiting around for? Los, renn. Das wird wieder nix. Na los. Na toll. Was aber, wollt ihr mich alle verarschen? Die Mission ist so scheiße schwer. So. Jetzt aber. Ich fasse ja ungern Motorrad. Also, die GTA jetzt. Die ganz schnellen. Weil die kann man immer so schlecht kontrollieren. Ich dachte, man kann ja durchfahren. Verzieh dich. So, jetzt überwoah, wieder in unserem Gebiet. Dann müssen wir du euch. Ey, komm, das war jetzt ja wohl gar nix. So, hier du euch. Dann an der Wäscherei rum. Oh, voilà. Dann. Hier. So. Weg damit. Z. So. So, und da hoch. Blab, 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 blab. Zack. Oh, jetzt haben wir ein blaues. Wow. Oh, chase me, chase me. Ey, schon wieder fast der. Zieht euch. Wir müssen nix weiter tun, als hier auf ihn zu warten. Oh, aua. Oh, aua. Get my back. You're not getting away, buddy. You're mine now, kid. Alter. Du, ich warst, haben wir jetzt bitte schöne Festnahme erzielt. herr mit dem scheiß fahrrad ja geh heim so scheiß bulle aber wenn ich jetzt wieder hau dann gibt es wieder ärger gibt es wieder aggro lasse ich lieber die rei wusste ich ja gar nicht geht es auch zum umfallen jay ich denke das kann doch nicht angehen mit so einem fahrrad nee ist nicht meins ist nicht meins ist ma halt wage es nicht sorry homie i'm coming after you oh du kommst gar nix so da hinten irgendwo mit mir rein hier dann wieder hier raus und weiter 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 noch eins weiter so geht es auch ist aber nicht ganz so geil gut hier rein naaa kein auto auto was denn aus sonnen so jetzt aber am set komm schon ich gehe rechts hoch wer ist schneller ich ich bin schneller oh chase me chase me wird denn der lang da hinten komm schon komm schon oh nein nicht in den vorgarten oh nee na los steig halt auf da ist er verzieht jetzt kommen wir nichts da hoch ey ey ah genau haut uns doch einfach alle um jaaa wo ist denn der jetzt da unten wo ist denn der jetzt da unten jetzt erwartet er auf uns komm schon komm schon den müssen wir doch kriegen nein catch me if you can ok sag mal wie lang dauert denn das alle verzieht euch jetzt mal ihr scheiß autofahrer ey los nicht dumm gucken aufsteigen ich glaube da gibt es schon checkpoints wo der wartet oh 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 Alter, wo ist denn der? Nee, oder? Alter, das Hammer, wie doof seid ihr zwei eigentlich? Steig auf! Los, du! Voll depp. Ey, wenn der jetzt sich aufs Maul gelegt hätte, ich hätte den so gehatet. Aua, 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 aua. Los doch, steig ein. Ja, verpiss dich, Alter. Hau ab! Alter, wie schnell ist denn der? Hä, wo läuft, wo fährt der? Ja, ist klar, jetzt steig auf das scheiß Motorrad. Los! Wird nicht ausfällig werden, deswegen reißen wir noch zusammen. Ja, wo fährt der lang? Hey, Baby! Move those sweet cheeks! Ah, wie gut fährt denn der Kerl? Hä? Vor allem, wo fährt der? Ja, als Maul. Ich hätte wissen müssen, dass er hier durchkommt. Komm schon! Ich lebe dir an der Hose. Aua! Aua! Ha! Shit. Man, I got 17 on the head. You could have done that out here. But because I did in the joint, it's real now. Yeah, I guess it is. Nehmen wir mal den. So, mach mal den Weg hier. Boah, endlich die Mission geschafft. Ich freu' mir. Alter, was war das für einer? Ich krieg dich, Junge. Ich krieg dich! Obwohl, ich hab grad so'n Erfolgserlebnis. Ah, fuah! Boah, fährt sich der Wagen scheiße. Ich hab vielleicht doch was Anständigeres klauen sollen. Aber nee, ey, nee, was klau' ich? So ne alte Schrottenmühle. Ah, egal, 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 egal. Gut, mein Mikro ist an. Wär auch ein bisschen spät jetzt dafür. Einen Moment bitte. Ähm... Gut. Ich dachte schon, ich hab' nicht mitlaufen lassen, die Zeit. Wir legen eigentlich guter Zeit. In 20 Minuten die Mission hätten's geschafft. Mit dreimal noch failen, aber uah. Ich seh' dich schon, aber so scheiße wie du fährst. Junge, da kann ich nicht mehr ausweichen. Sag' mal... Sag' mal, wie fahren denn die hier? Mach' mir die Tür zu, Alter. Es zieht. So, Hauptstraße, da beschleun' ich da wenigstens ganz gut. Oh, oh, oh. Dass die keine Angst haben, mit uns zusammen zu prallen, ne, das wundert mich ja sowieso. Nicht ins... Nicht ins Wasser. Nicht im Mama, nicht im Mama. Ne, so schon mal gar net. Langsam zurück. Aber wir müssen wieder hin. Ich bin zu weit gefahren in meinem spielerischen Elan. Komm, das machen wir jetzt noch, die Strecke. Äh, das... Die Mission dann... Aber... Folgenpause hier. Sag' mal, wo ist denn der Hindernasch der Welt, oder was? Ne. Thanks for the ride, CJ. Don't be a stranger fool. Yeah, for sure. I see you around. Like a quarter pound later. Äh, äh. Yo. Trifft sich gut. Ähm, da kann ich hier gleich die neue Mission dann anfangen. Und bis dahin, bis gleich. Tschüss. Tschüss. Tschüss.